Bei den Rundfugelfüßen darfst du dich natürlich auch auf die andere Seite stellen, aber rechts trägt er normalerweise von der Seite. Probier's einfach aus. Okay, ab geht runter, Ball kommt, bereit sein, ein bisschen in die Knie. Sportliche Haltung. Mali, komm, Mali. Komm mit dem Baller. Mali, warte, der macht nichts. Hey! Das ist ein Linkshinder, der steht hier rüber. Zieht mal, geht mal da weg. Ich glaube, der könnte, könnte ich hier nicht. Jenny, lass uns lieber mal weg. Ja, da. Jawohl, Ego. Stimmt. Stimmt. Das ist deine Beste, da fühlst du dich besser auf der Seite. Ja. Ja. Jawohl. Ich hole. Ah, der war sehr tief. Zwei Stück hab ich schon. Nicht. Jawohl. Jawohl. Komm, der Letzte, komm, die Knie. Jawohl. Jawohl. Jawohl.